Das Wasser schmeckt gut in Dietz. Kann ich nur weiterempfehlen. Pistol, wie war es den ersten Tag? Es war ein bisschen rustig für alle, aber es war lustig, alles auf dem Eis zu sehen und Paul zu sehen. Es war großartig. Für den ersten Tag haben wir einen guten Job gemacht. Wie war der Eis hier? Es ist warm outside, es ist nicht so schön wie in der Saison, aber es ist normal in August. Wie war es, dass du die Leute hier in der Lagerung gesehen hast, jetzt mit den Cologne und den anderen Kindern? Es ist großartig. Es gibt viele neue Leute dieses Jahr. Es ist lustig, die alle jungen Leute zu spielen zu sehen. Die Leute, die letzte Jahr gewonnen haben, waren alle sehr glücklich. Wir können nicht erwarten, zu beginnen. Perfekt. Vielen Dank und eine gute Woche hier. Danke schön. Wenn du nicht zum Eishockey gehst, sondern du auch beim Frankfurter Nachwuchs Eishockeyspielen gelernt hast. Jetzt bist du hier beim Tryout, beim Pro-Team in der DL2. Wie ist es für dich? Auf jeden Fall ist es erstmal eine große Chance. Ich versuche sie natürlich zu nutzen, aber auch zum Jugendsport ist es ein anderes Level. Ältere Spieler, Halbvisiere. Es ist schwierig reinzukommen, aber ich versuche mein Bestes. Wie war es jetzt hier auf dem Eis? So die Bedingungen? Ja, also am Anfang war das Eis ganz gut. Die Jungs sind ganz gut, haben mich gut aufgenommen schon am Anfang. Und ja, nach einer Zeit wird das Eis ein bisschen weich. Wann hast du erfahren, dass du jetzt hier dabei bist? Das habe ich jetzt vor ein paar Wochen erst, ich glaube zwei Wochen vor dem August, habe ich es erfahren. Hat mich der Rich angerufen und hat gefragt, ob ich Bock habe, eine Woche bei den Löwen mit zu trainieren. Super, dann wünschen wir dir ganz viel Glück und vielleicht bist du ja dann dabei. Ja, Dankeschön. Ja, Tim Schüle ist bei uns. Tim, sag mal, wie war es? Erste Training heute? Ja, härter als erwartet. Da war ein gutes Tempo drin für ein erstes Training und ich habe gemerkt, dass sich jeder wieder freut, auf dem Eis zu stehen. Härter als erwartet. Die Bedingungen hier? Nein, das Training an sich. Ich meine, wir sind für den ersten Tag gut unterwegs gewesen heute und ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Habt ihr euch jetzt hier eingerichtet in Limburg in der Kabine? Wie ist es jetzt erstmal vier, fünf Tage hier zu sein? Ja, natürlich anders wie in Frankfurt, aber passt alles da, was man braucht und ich denke, wir werden die Tage gut nutzen. Ihr seid ja auch dann im Hotel zusammen, ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man sich abends auch ein bisschen kennenlernt, vielleicht beim Kartenspielen oder Doppelkopf, was weiß ich, was ihr da noch macht, ne? Ja, ich meine, keiner hat die Ausrede, schnell nach Hause zu müssen, dass die Kinder ins Bett müssen oder die Frau mit dem Essen wartet, deshalb ist das ganz gut. Alles klar, dann danken wir dir und viel Spaß noch beim Training hier. Dankeschön. Auf Wiedersehen.